Nach Kindstod, Fitness-Oskar rührende Familienfotos Herzzerreißende Worte von Fitness-Oskar und Hialti Mendi Anfang Dezember mussten die beiden Fitness-Influencer einen schrecklichen Verlust verkraften, ihr Sohn Rio starb im Alter von nur wenigen Monaten. Der kleine Junge hatte seit seiner Geburt mit einer Autoimmunkrankheit zu kämpfen, der er am Ende erlegen ist. Oskar und Mendi meldeten sich daraufhin am Boden zerstört im Netz und gehen seither sehr offen mit ihrer Trauer um. Nun gedachten sie ihres Sohnes Rio noch einmal besonders emotional. Auf Instagram veröffentlichte Oskar eine Reihe von Bildern, die ihn und Mendi gemeinsam mit ihrem Kind zeigen. Heute, zwei Wochen nachdem das Herz unseres Sohnes aufgehört hat zu schlagen, Werden wir Abschied nehmen von Rios wunderschönem, süßen Körper, gab der TikToker-Preis. Seine Seele werde das Paar aber immer begleiten. Oskar blickte auch auf die intensive Zeit zurück, die sie als Familie erlebt haben, dadurch haben wir drei eine besondere Bindung zueinander aufgebaut. Die nichts und niemand jemals zerstören könnte, auch nicht der Tod. Zudem bedankte er sich in seinem Beitrag bei allen, die heute an Rio denken. Lebe wohl, kleiner Engel, deine Mama und dein Papa werden dich immer lieben, fasste er abschließend zusammen.